Das Mädchen, das ich stalke, hat ein Kontaktverbot eingeklagt. Im Brief stand jedoch nichts von ihrer Zwillingsschwester. Da es meiner Tochter in letzter Zeit nicht gut ging, beschloss ich, mit ihr zusammen wegzufahren. Ein Jahr später wachte ich im Krankenhaus auf. Ich war nicht länger Mutter. Meine Puppe ging kaputt, also habe ich sie weggeworfen. Ich verstehe nicht, warum Mama weint und Papa wütend ist. Es war schlimm zu wissen, dass jemand Nacktfotos von mir ins Internet gestellt hatte. Noch schlimmer war jedoch, dass sie nur von meinem Schlafzimmer aus gemacht worden sein konnten. Ich will berühmt sein, dachte ich mir, wusste aber genau, dass ich weder das Aussehen noch das Talent dafür hatte. Naja, es gibt immer noch diesen Weg, dachte ich, als ich mir vor der Schule die Pistole aus dem Schrank meines Vaters nahm. Vor kurzem habe ich einen ehemaligen Polizeihund adoptiert, der darauf trainiert wurde, nur dann zu bellen, wenn er eine Leiche riecht. Ich wünschte, ich hätte ihn nicht zur Beerdigung meines Mannes mitgenommen. Die Stille war erdrückend. Das Rätsel ist endlich gelöst. Menschen, die ein schwarzes Loch betreten, sterben nicht. Niemals. Als ich mein Schlafzimmer betrat, sah ich jemanden in meinem Bett. Es war ich. Es ist nur eine dumme Weltkarte, dachte ich mir, während ich einen Dartpfeil nach dem angeblich verfluchten Wandteppich warf. Als der Pfeil irgendwo im Atlantik stecken blieb, fiel ich ins kalte, dunkle Wasser. Seit die Kindesmorde in der Stadt angefangen hatten, hatte Nancys Mutter immer darauf bestanden, dass sie nach der Schule direkt nach Hause kam. Sie verstand nicht, warum das Verbot aufgehoben wurde. Sie verstand auch nicht, warum ihr Vater plötzlich weg war und sie ihren Nachnamen ändern mussten. Ich hatte mich dafür eingetragen, für mein Land zu kämpfen und zu sterben. Seitdem diese neuen Experimente begonnen haben, habe ich aber die Sorge, dass der Tod keine Option sein wird. Tagelang versuchte ich, meinen Freund davon zu überzeugen, dass Suizid nicht die Antwort war und dass das Opfer niemals der Schuldige ist. Er stimmte mir zu und erklärte Mord zur einzig wahren Antwort. Bis zu meinem Ertrinken hätte nicht mehr viel gefehlt, doch er zog mich gerade rechtzeitig aus dem Wasser. Wir haben den ganzen Tag Zeit, sagte er kalt. Gibst du uns nun endlich die Informationen, die wir haben wollen? Die Abtreibung ist fehlgeschlagen. Es ist nun wütend. Jeden Abend, wenn ich das Licht ausschalte, wirken die Kleider in meinem Schrank wie die Silhouette eines kleinen Jungen. Als ich letzte Nacht hinsah, war er nicht da, doch ich spürte, wie sich am anderen Bettende die Decke hob. Verena hasste es, wenn Leute den brutalen Begriff Tod benutzten. Sie wünschte sich, die Polizei würde einsehen, dass sie die Kinder lediglich für den Mittagsschlaf hingelegt hatte. Letzte Woche hatte ich ein Date, aber der Typ konnte einfach nicht aufhören, darüber zu reden, wie wichtig Vegetarismus sei. Ich könnte das Fleischessen niemals aufgeben, dafür schmeckte er viel zu gut. Als die Wände immer näher kamen und langsam begannen, meinen Körper einzuquetschen, war ich froh, denn das würde bedeuten, dass all der Schmerz und die Gefangenschaft endlich ein Ende haben würden. Doch vor zwei Tagen haben sie aufgehört, sich zu bewegen. Die Reporterin im Fernsehen berichtete, dass alles wieder gut sei und wir die Bunker endlich verlassen könnten. Aber ich verstand Morse Codes und somit auch die Warnungen, die sie blänzelte. Die Hilfe hätte schon vor Tagen eintreffen müssen. Der Astronaut wusste nicht, dass Houston alle Kommunikationssysteme abgeschaltet hatte, als die Invasion begann. Die Sonne ist gerade gestorben. Doch die Erde wird es für weitere acht Minuten nicht merken. Ja, ich bin einer der wenigen, der von diesen Symptomen gehört hat, sagte der Doktor. Das Buch, das er aus dem Regal nahm, sah steinalt aus und zerblätterte bereits. Ich konnte die Schrift auf der Vorderseite keiner Sprache zuordnen. Sie machten Liebe, langsam, zärtlich, als sie aufstöhnte. In diesem Moment realisierte er, dass sie noch am Leben war. Ich besuche das Grab meines Vaters jeden Tag. Immer noch nicht tot, seufze ich, während ich den dumpfen Schrein lausche. Ich war begeistert, als ich herausfand, dass mein Handy irgendwie Informationen aus der Zukunft laden konnte. Ich war jedoch verwirrt, als ich merkte, dass nach Oktober 2031 nichts mehr kam. Ich bin einer der 그때. Aber es ist schrecklich. Vielen Dank.